Ich werde ihn nicht bezwingen. 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 Was? Was? Ich höre nichts. Ich habe nichts gehört. Ihr müsst ihn mal... Wieso kommt er jetzt nicht? Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ah, er kommt noch. Yay. Jetzt ist er tot. Und... Er liebt Feuerwerk. Jetzt ist er butt. Lass hit. Ah, ha. Hier, Loot Buff. Das ist das falsche Ziel. Hier. Hier. Loot Buff. NewLate. ja mit dem beutel das hier ist aber wir dürfen nicht aussteigen doch nein ich bin gerade erst aufgestiegen also okay ausgestiegen aus ruinen warum hat es bei mir gemacht weil du es kannst weil der gewandte opa die ich mag weil du nicht ein popo hast oh ich bin ein bulle blöde ochse letztens war mein geist und ich hauptsache bluten nicht vergessen hauptsache mein geist und ich war das jetzt haben wir die kiste ja jetzt haben wir mal die kiste die ist jetzt nämlich an einer anderen stelle heike weiß ich doch mein stadt vielleicht solltest du das mal für unsere lieben zuschauer erklären wieso wo denn hier da wo wir also die kiste ist jetzt nicht mehr in den häusern drin und auch nicht meinen in der ecke die ist jetzt immer an derselben stelle und zwar da gehen wir jetzt hin und zwar da gehen wir jetzt hin kommt mal alles schön mit ich hab sie kaputt machen da wo wieso in der ecke steht da ist die kiste das hier den brauchen wir unbedingt das geile handtuch der turban oder die abwehrbohren oh ja mein ding hat gelootet ach du liebes bisschen was ist das das kettenhemd des widerstands äther tag wir haben kein äther dreck dabei alle dürfen würfel die noch nichts haben das sieht furchtbar aus hier sieht alles furchtbar aus und dann mit meiner fliegermütze wieso wolltest du es haben das kettenhemd nee nein nein nee der boss der das ist ja nicht der hartmode hier wäre gewesen wenn wir den vogel abgeschossen hätten und sonst wie gehabt die physischen klassen auf die blauen jetzt ganz schnell die machen mehr damit im normal mode und die ich anfangen kann sagt und die magischen klassen auf die roten genau so auf geht's los nikki und bitte auf spiegelschuld achten ja das block jetzt zum beispiel ja ich hab schon längst getötet wieso ist voll geil guck mal ah nee jetzt nicht mehr feuer ist nicht mehr geil sag doch dass ich weglaufen muss hab ich doch gesagt oh jetzt das ist das falsche ziel feuersäule weg ok ich laufe oder auch nicht ist doch nicht süß ich hab mittlerweile die skitz drauf von dem arzt jetzt geht er hoch nein roten könnte aber noch wirklich geht er hoch wo geht er denn hoch er geht in die luft weil er sauer ist ich gehe auch immer hoch wenn ich sauer bin hau ab wieso ey ich 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 geht um clary ja mach mich tot hier bleib weg von mir der pisu rennt rum wie angebrannt bleib von mir weg nee ich hab überlebt er ist noch nicht fertig ach so ich dachte wir fertig jetzt ich hab gleich schuld wieder jetzt ist er wieder immer zu blauen himmel hab schon längst gedispelt besten schatz ich kenn die skitzel mittlerweile auswendig ja hab ich mir jetzt angewöhnt guck mal der kuss des eises nur für euch der badekant schnimmel schauen ich dachte schön ich dachte schön feuersäule weg nicht so weit weg nicht so weit weg und gleich wieder und gleich wieder feuersäule weg komm zu spät angesagt sorry ich fühle mich verarscht ach toll aber nur ganz leicht nur weil ich es einmal verkackt habe ja ja wollte ich mal bitte die aggro bin dabei wenn es nur ganz kurz ist wenn es nur ganz kurz ist ne der geht hoch der geht der geht wieder in die luft juhu egal vibre geh vorig von meinem face hallo wenn du sterben willst ne dann geh woanders hin bist du auch vorig ja ich mach vorne hin bleib weg von mir hier ist so schön ruhig mit dem greifen aua ja lieber selber ist nicht durchgegangen ist nicht durchgegangen ähm bis bald bis bald bis bald bis bald ja so b danke ach beim clary ist man sicher es tut mir so leid liebe typisch männer und ich sag noch bleib nett bei mir was soll das denn heißen typisch männer der hat mir die zunge am arsch geklebt echt ey das war schon echt lästig wie die zunge am arsch Feuersäule weg nein so nicht aber das war so ganz voll blöd so weißt du ich fühlte mich schon voll gestalkt was ja wenn ich mal zeit hätte darauf zu achten ja klar komm ich jetzt auf mein Leben ich verwundel ich hab jetzt zu will oh kalimba hat sich eingeloggt ja wie und das am freitag ja er wollte doch heute eigentlich sich äh jägermeister gönnen oje oder irgendwie sowas in die richtung und du meinst ein alkoholisches dunkles getränk Feuersäule weg ja wenn ihr mich wieder one hit macht ne alter schwede ne dann mach ich euch auch kalt dann macht sie das Spiegelchild nicht mehr runter genau und dann können wir uns dort klopfen auf auf oh oh nein oh nein das ging noch alles gut euer Säule weg aua das tat weh du hässlicher fetter Mob du haut ihn doch mal nimm das und nimm das du schuft So, und das nimmst du auch noch. Warum hast du denn jetzt neben mich gestellt? Feuersäule weg! Nix weg. Kämpfen, wie Männer. Ich bin aber kein Mann, die ich bin. Die passenden Haare hast du ja schon, ne Saka? Danke. Aber der Pass ist zu viel leid, ich bin so sorry. Aber es ist gut, dass Kartoffelbari sein wird. Jetzt muss was schönes drin sein. Wir waren super Leute. Was ist denn drin? Der Bishiva won't hit. Was ist denn schönes drin? Was will die denn hier? Nix besonderes. Oh, ich hab'n Versaubung, Steinstüge 5. Alle looten. Ich hab' auch'n 5er, Joghurt. Oh, guck mal was ich hab. Habt ihr das auch? Guckt mal was ich hab. Waffentruhe des Soldaten. Oh, geht's net? Oh, geht's net? Ich hab' aber nicht mythisch. Ne, ich hab' auch bloß ethisch. Ich hab' ethischer Scheiß. Ich hab' ethisch. Das bist' ich gut. Natürlich. Wir haben ja keinen Hartmut gemacht. Das ist das Beste. Natürlich war das Hartmut. Nein. Das war der Hartmut. Ach Mensch, Ohna. Nein, wenn wir den Vogel nicht abschießen, das ist kein Hartmut. Doch, doch. Ist das trotzdem Hartmut. Kein Hartmut. Das hat nur mit dem Stigma zu tun, mit dem Vogel. Genau. Mit dem Vogel. Das ist nur wegen der Kippel für den Stigma. Ja. Ich will aber Hartmut. Wir machen Hartmut. Wir nehmen uns den Hartmut vor. Oh, er ist so schön weiß, mein Bogen. Guckt ihn euch an. Ich liebe ihn. Der ist auch gut. Nein, ich, ich, ich. Pack' mal aus. Oh, lass ihn lieber stecken. Hahaha. Guck mal, das Orb ist auch cool. Lass' es angucken. Ja, der ist echt schön. Richtig schön ist der. Ja. Das Orb ist auch cool. Wo ist jetzt mein Buch hin, verdammt scheiße. Dann guckt euch mal meine Stangenwaffe an. Sieht aus, als wenn ich mit einer Zwiebel rumlaufe. Oh, Heike. Was? Wo? Sieht aus, als wenn ich mit einer Zwiebelrunden laufe. Ja, pass auf. Ich leg ihn mal an. Die gefällt mir trotzdem besser. Heike, hast du vielleicht Krittsteine für mich? Kritt? Hab ich, hab ich. Ja, zwei oder vier. Hab ich. 100 hat Heike heute bekommen. 100. Ja, aber ich hab schon 30 von Ballert heute. Aber erzähl das bloß nicht dem Heinz. Ich hab 100 Magic-Boost-Sterne gekriegt, ja? Hallo? In your face? In your face? Ah, ich hätt' euch mal buffen sollen, die in die Überra. Und eine permanent gewollten Kiste, ja? Gut. Ich danke fürs Ansehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis nachher. Bis nachher. Tschüss. Tschüss!